malzeit freunde ja willkommen bei monzheimer eisbohren und darf auch schon so ein gegner der ja gut übernehmen und zwar ja genau das ist riesige gerade das trug wird so viel hier vor uns ist unser heutiger gegner und ja es ist nicht ganz schwer kann aber auch ziemlich nervig sein los heute mit jungs ja auch dafür natürlich so gefällt das auf jeden fall schon mal sehr gut ja es war die los sind feuer radobahnen also auch jetzt kein premium super viel aber ja das ist das feuer kann es schon mal etwas mehr gröten rettet mich ich hätte gerne schutz munition von die dann hat mich man muss ja nebenbei auch mal ein bisschen nun der freunde Auf, etwas. Aktiv. Wir sind wütend. Tuwagorn. Okay. Easy. Keine Moment. Ich hätte gerne mal ein bisschen Ausdauer und Co. Angriff und sowas gar nicht bräuchte Bei dem Vieh. Aber, ja, ähm, Katze, machst du mal hier ein Formates? Klar, für mich. Oh. Was rollst du mich denn Umirka? Ich dir irgendwas getan. Na gut, ein bisschen vielleicht, aber Komm schon. Sei mal nicht so. Holter! Wuhu! Das heißt, ich bin nämlich davon Ich würde doch rutschen. Ha! Das war ja, äh, weniger Prämien. Alter Stein hier, ne? Voll nervig. Oh, ja. Oh, ja. Geilzangriff überhaupt mit dem Doppelkling, da komischere Kreisling. Ah! Hey, ich brenne. Ich möchte nicht brennen. Oh, ich würde nicht mehr. Oh, ja, genau. Ich hatte es, wenn es das tut. Nein, mach's doch. Nicht nur mal. Ja, merkst du selber, ne? War jetzt nicht so cool. Der hat gesessen. Oh, dann ziehen wir uns noch kurz rum. Und kriegen eine Kugel vor den Schädel. Gar kein Problem. Hallo? Was wird's jetzt hier? Ah! Und springen natürlich voll rein. Oh, Mensch, hat der lange gehalten, mein Mann. Junge. Das ist, äh, ja. Ich hätte uns vielleicht vor, noch mal schubsen sollen. So, willst du den Ihnen? Fall rein, warum? Lass dich mal in der Mondwurbel machen. Geht doch. Und dann möchtest du dich schlafen. Wolltest du etwa gerade abhauen? Oh, ja. Nice. Ho! Ah! Ganz knapp, ganz knapp. Richtig so mal. Hey, hey, halt, hey. Oh, Mann, auch noch nicht ab. Wehe, dass der explodiert jetzt noch nicht. Es kann man nicht studieren. Ich habe Stücke von ihm. So, wo es hingerollt. Irgendwo da unten. Ich komme. Hi. Scheiße. Ich glaube, ich bin cool. Das ist eine Explosion irgendwo. Oh, ich weiß nicht mehr. Moin. Moin. Uäh. Ich habe mit seinem Scheiß-Kiefer geklopft. Ich habe voll nervig. Scheiß-Uragan. Lass das. Oh nein. Das wird heiß am Buch. Woll doch nicht weg. Äh. Zeit, mich ja wenig zu heilen. Wo ist es? Wo ist es? Mach doch nicht so. Was ist hier mit ihm? Muss doch. Was ist das? Die rügelst aus. Und schau. Ich bin ernsthaft. Berg aufgerutscht. War gut. Warum nicht? Das, äh. Nämlich. So, jetzt steht es natürlich so schön mit sich, dass ich es nie nirgendwo gegen schuppen können, obwohl doch die Leute hinterheben. Da, Mann. Lass das. es würde schon teile kann das sein das was wird ich möchte nicht verprügeln oder trottel der stadt dumm auch einfach nichts bringt noch einmal so mein gott ich muss zurückzucken und also yo bro fängt dich und dein scheiß schlager so lieben warum das scheiße ja natürlich als das jetzt aber jetzt nicht irgendwie will auch nicht fertig werden jetzt bin ich wieder gar kein problem für mich ja ich hatte es also wie ich hatte wenn ich nicht treffe das scheiß weh fick dich und dein scheiß teuer jetzt nix absolut nix für die politik auch von euch trinkt man mal die bevor jetzt habe ich nicht rein gewährleistet ach jetzt zuckte auf einmal den nehmen wir mal auf das macht gelassen ich finde nie wieder schubsen wohingegen hier so funktionieren auch halt ab hier bleibst ich wollte ja guter kurs auch gleich fallen das scheiß wie auch mal du bist blind du steckst in einer falle und guck mal du schläfst freunde das war also eigentlich normalerweise richtig im tierchen richtig geschlagen aber wie gesagt das kann halt auch irgendwie manchmal ein bisschen nerven wenn es so wie 24 7 rumrollt und auf einen zu knallt ja dann ist es ein bisschen kacke aber es ist tot und das ist das was zählt und in diesem sinne haben wir ein robin bekommen macht gut bis zum nächsten mal